Jetzt haben wir gegessen, getrunken und warten mal, was passiert, wenn die Pizza Tonnoe ankommt. Okay, das Essen war lecker, aber die Pizza war richtig, richtig mächtig. Das heißt, ich muss sie jetzt erst noch abtrainieren, damit ich irgendwie eine Chance aufs Schlafen habe. Und das ist auch nicht, wenn die Pizza dort ist. Oh, 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 oh.